Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wollen wir uns der Frage widmen, warum die 6. Armee nicht aus dem Kessel von Stalingrad ausgebrochen ist. Lag es daran, dass die deutschen Panzerverbände zu schwach waren? Lag es vielleicht am Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring, der Hitler falsche Versprechungen gemacht hat? Lag es an General Paulus, der der Oberbefehlshaber der 6. Armee war und nicht aus dem Kessel von Stalingrad ausbrechen konnte oder wollte? Oder lag es daran, dass einfach die Luftversorgungskapazitäten der deutschen Luftwaffe zu schwach waren? Ja, und bevor wir uns dieser Frage genauer widmen, schauen wir uns noch einmal die Vorgeschichte dieser Schlacht an. Die sah wie folgt aus. 1942 im Sommer marschierte die 6. Armee durch die Steppe auf Stalingrad, dem heutigen Volkograd, vor. Das, was ich hier zeige, ist eine Karte von heute. Und es kam dabei nochmal zur sogenannten Kesselschlacht von Kalatsch. Das war eine der letzten großen, erfolgreichen Kesselschlachten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg überhaupt. Es gelang nochmal, ein größeres Truppenkontingent der Roten Armee einzukesseln und zu vernichten. Anschließend verstrickte sich die 6. Armee zwei Monate lang in bitteren Straßenkämpfen mit der Roten Armee von Mitte September bis Mitte November. Und während des Vormarsches wurden dann zur Flankensicherung zwei rumänische Armeen eingeführt. Im Norden die 3. rumänische Armee und im Süden die 4. rumänische Armee. Beide Armeen hatten eine sehr schwache Kampfkraft. Während dieses Vormarsches gab es zudem schon eine Luftlogistik. Das heißt also, Transportflugzeuge der Luftwaffe flogen hauptsächlich für den Eigenbedarf der Luftwaffe 42.000 Tonnen in den Kessel. Aber 7.000 Tonnen davon wanderten schon in die Bestände des Heeres. Die Hauptlogistik funktionierte allerdings mit der Eisenbahn. Es gab drei Strecken, davon war aber nur eine wirklich nutzbar. Und die Kapazität dieser Strecken und der Eisenbahn war viel zu niedrig. Ja, wenn wir uns jetzt die Kesselbildung anschauen, dann hatte ich ja schon erwähnt, dass also die beiden rumänischen Armeen den Flankenschutz der 6. Armee übernommen haben. Am 19. November begann die sowjetische Offensive, in deren Verlauf die beiden rumänischen Armeen durchbrochen wurden und auch größtenteils vernichtet. Und die sowjetischen Angriffskeile trafen sich bei Kalac am Don am 22. November 1942. Damit war die 6. Armee eingekreist oder wie man im militärischen Jargon eben auch sagt, eingekesselt. Aus dieser Kesselsituation heraus entwickelte sich eine Kesselschlacht. Einige Tage nach Bildung des Kessels wurde dann eine Luftbrücke eingerichtet. Die U52-Transportflugzeuge und andere Typen flogen von Tadzinskaya und anderen Flughäfen aus Versorgungsgüter in den Kessel. Das war eine relativ lange Strecke schon von 220 Kilometern. Gleichzeitig wurde ein Entsatzversuch vorbereitet unter dem Namen Wintergewitter. Der sollte eigentlich am 8.12. beginnen, also am 19. Tag der Einkesselung. begann dann tatsächlich am 12. Dezember, dem 23. Tag der Einkesselung. Und der scheiterte, nachdem er einige Dutzend Kilometer vorangekommen war, am 23.12., also am 34. Tag der Einkesselung. Viele Kilometer vor Stalingrad am Widerstand der Roten Armee. Einen Tag später, zu Weihnachten, überrannte ein sowjetischer Panzerverband das Flugfeld Tadzinskaya. Das war der wichtigste Flughafen für die Luftversorgung Stalingrad. Und man kann sagen, dass diese beiden Ereignisse, also das Scheitern von Wintergewitter und das Überrennen dieses Flughafens, eigentlich der Todesstoß für die Stalingrader Gruppierung, für die 6. Armee im Kessel von Stalingrad gewesen sind. Und diese Armee existierte dann noch über einen Monat, bis sie Ende Januar dann schließlich vernichtet wurde. Nach Schätzung von Rüdiger Overmans befanden sich etwa 200.000 Soldaten in der 6. Armee, knapp 200.000 Soldaten in der 6. Armee. Davon sind 25.000 ausgeflogen worden, 60.000 in den Kämpfen getötet worden und 110.000 gerieten in Gefangenschaft, von denen nur 5.000 überlebten. Und diese geringe Überlebensquote, die hat natürlich was mit den schlimmen Zuständen im Kessel zu tun. Sie hat aber eben auch damit was zu tun, wie schlimm der Zustand der 6. Armee eigentlich schon vor der Einkesselungsoperation der Roten Armee war. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was sind so gängige Erklärungsmuster, warum die 6. Armee nicht ausgebrochen ist, dann finden wir vor allen Dingen so eine Art personelle Dramadarstellung, nenne ich das jetzt mal. Also es rekurriert sich sehr viel auf einzelne Personen und ihre Entscheidungen, wie in einem klassischen Theaterstück oder Drama. Colonel Clance, also der führende amerikanische Ostfront-Experte, hat das kritisiert, indem er sagt, dass also sozusagen die Schuld auf einzelne Individuen abgewälzt werden, wie Hitler oder Paulus. Ich habe das mal versucht zu subsummieren, etwas holzschnittartig vielleicht. Also es funktioniert im Prinzip so, dass gesagt wird, Hitler hat ein Haltebefehl ausgegeben. Und das ist natürlich typisch für Hitler. Das hat er im ganzen Krieg gemacht, weil Hitler einfach ein Fanatiker war. Aus seiner politischen Einstellung, da war Hitler natürlich ganz klar ein Fanatiker, einer der schlimmsten der Menschheitsgeschichte, wird auf die militärische Lageentscheidung bei Stalingrad sozusagen direkt oder indirekt geschlossen. Ähnlich kann man das eigentlich für Göring sagen, der ja der Stellvertreter Hitlers war und gleichzeitig auch der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, der nämlich Hitler leichtfertig eine Luftbrücke zugesagt hat. Und das bestärkt eben auch das Image von Göring als unfähigen Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Und dann haben wir noch sehr oft Paulus im Fokus. Paulus gilt als militärisch kompetent. Und daher wird ihm auch zugeschrieben, dass er ausbrechen wollte. Aber er hat sich eben an den Haltebefehl Hitlers gehalten. Und das spricht eben für seinen blinden Gehorsam, für den Kadaver-Gehorsam, der in der Wehrmacht und der deutschen Generalität allgemein vorhanden war. Ja, und wir werden uns jetzt mal anschauen, wie denn die militärische und vor allen Dingen auch die logistische Situation der 6. Armee zum Zeitpunkt der Einkesselung war und welche Konsequenzen das dann hatte. Dazu schauen wir uns mal zuerst die Logistik vor der Einkesselung an. Und schon ein flüchtiger Blick in die wissenschaftlichen Standardwerke zur Schlacht von Stalingrad offenbart hier, dass es da große Probleme gab. So schreibt Kerig, der die Standardstudie zu Stalingrad in den 70er Jahren geschrieben hat, normal war der Versorgungsablauf seit dem Beginn der Sommeroffensive jedenfalls nicht mehr zu nennen. Das heißt also, es gab schon auf dem Vormarsch massive logistische Probleme bei der 6. Armee. Und Kerig sagt sogar, und er bezieht sich hier auf Generalmajor Schmidt, der wiederum der Stabschef der 6. Armee war, also der zweithöchste Offizier der 6. Armee nach Paulus, dass dieser mit großer Selbstverständlichkeit die Möglichkeiten einer vorübergehenden Einschließung der 6. Armee im Laufe des Winters in seinen Überlegungen mit einbezogen und deshalb die Bevorratung der Truppe für wenigstens sechs Wochen verlangt habe. Man sieht hier also ganz klar, finde ich, dass es sehr viele Zeichen dafür gab, dass die Lage der 6. Armee schon vor der Einkesselung relativ prekär war. Und es gibt auch schon eine Menge Indizien, dass das den Verantwortlichen zumindest vor Ort, aber wahrscheinlich auch im Oberkommando des Heeres durchaus bewusst gewesen ist. Und wenn wir uns das Logistik-Desaster, denn anders kann man das nicht bezeichnen, vor der Einkesselung mal anschauen, da kann man sich verschiedene Kategorien anschauen. Zum Beispiel die Munitionslage, die war generell schlecht, wobei man sagen muss, die Vorräte der 6. Armee waren relativ groß, also sie genügten erst mal noch für die Kämpfe, aber der Nachschub, der pro Tag reinkam, war zu wenig. Das heißt also, die Vorräte der 6. Armee schrumpften. Schlechter sah es bei der Verpflegung aus. Hier hätte die 6. Armee pro Tag 5 Züge benötigt. Tatsächlich hat sie nur 2 Züge erhalten. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn schon vor der Einkesselung wurden die Rationen der Soldaten der 6. Armee deutlich gekürzt. Sie erhielten nur noch 1500 bis 2000 Kilokalorien pro Tag. Und das ist deutlich zu wenig, vor allen Dingen angesichts der Strapazen des Soldatenlebens und der winterlichen Bedingungen in Russland. Ähnlich schlecht sah es aus mit dem Betriebsstoff, also mit Treibstoff, vor allen Dingen Benzin und Diesel. Hier hätte die 6. Armee pro Tag 800 Kubikmeter benötigt. Tatsächlich bekam sie nur 456, also fast die Hälfte. Und man darf nicht vergessen, dieser Treibstoff war nicht nur wichtig für LKWs, Stromgeschütze, Panzer, sondern auch für bestimmte technische Einrichtungen der 6. Armee, wie zum Beispiel Stromgeneratoren oder Backmühlen, die also aus erbeuteten Kornmehl für das Brot der Soldaten gebacken haben oder gemahlen haben. Ja, und ein weiteres Problem bestand bei den Pferden. Die Pferde der 6. Armee sollen nach nicht ganz sicheren Angaben etwa 150.000 Stück betragen haben. Und das Problem der Pferde war aber, dass sie in der Steppe oder in der Stadt nichts zu fressen gefunden haben. Und deswegen wurden die Pferde krank und immer mehr Pferde starben. Und wir reden hier wirklich in der Situation vor der Einkesselung. Und deswegen hat man sich auch vor der Einkesselung schon entschieden, einen Großteil der Pferde auf eine sogenannte Winter- oder Ruhestellung zurückzuziehen. Und es sollen nur 52.000 Pferde bei der 6. Armee geblieben sein. Das hatte zum einen die Konsequenz, dass ein Großteil der Geschütze nicht mehr ziehbar waren. Also die Pferde waren ja dafür zuständig, hauptsächlich Geschütze oder Feldwagen zu ziehen. Also ja, nahlogistische Einrichtungen an den Geschützen. Und die 6. Armee wurde damit zum großen Teil unbeweglich, was sie ja auch durch ihren Treibstoffmangel schon war. Es hatte aber noch eine andere Konsequenz, denn Pferde konnten im Notfall von den Soldaten gegessen werden. Und 100.000 Pferde, die fehlten, machten sich dann eben auch später in der Kesselsituation durchaus bemerkbar. Und hier kommen wir zum generellen Problem der 6. Armee. Sie brauchte also pro Tag 8 bis 10 Züge nach Angaben ihres Oberquartiermeisters und erhielt nur 4 bis 5. Das heißt also, man kann grob sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass die 6. Armee ungefähr um den Faktor 2 zu schlecht versorgt wurde, also nur die Hälfte des benötigten Nachschubs erhielt. Und das ist natürlich spürbar, wenn man die Akten der 6. Armee sich anschaut. Und ich habe hier mal die Auszüge aus dem Kriegstagebuch des Oberquartiermeisters vom 20.11. herausgesucht. Und der schreibt dann unter anderem, die von der Harrisgruppe B von weiter rückwärts angekündigten Züge lassen erkennen, dass der Zulauf sich erheblich verringern wird und in keiner Form den Bedarf decken kann. Nun könnte der ein oder andere einwenden, dass ja am 20.11. schon die sowjetische Einkesselungsoperation begonnen hat und dann natürlich mit einer geringeren Zugzahl gerechnet werden muss. Aber am 20.11. zeichnete sich für die deutschen Kommandobehörden die Lage längst nicht so dramatisch ab, wie sie dann tatsächlich werden sollte. Das heißt also, auch dieses Zitat zeigt ja ganz klar, dass es dem Oberquartiermeister darum geht, dass die Heeresgruppe B einfach nicht genug Züge bereitstellen kann. Und ein weiteres Zitat aus derselben Quelle, Betriebsstofflage äußerst gespannt, die Armee kann in den nächsten Tagen nur dann die ihr gestellten Aufgaben erfüllen, wenn täglich mindestens 600 Kubikmeter zugeführt werden. Das heißt also, auch hier sehen wir diese relativ dramatische Versorgungslage und wenn wir uns dann mal die Panzerverbände der 6. Armee anschauen, dann sehen wir hier sozusagen eine Auffüllung dieser Panzerverbände, also 1 wäre eine Auffüllung und das Panzerarmeekorps hatte nur noch 0,1 ihres Bestandes Otto-Treibstoff, also Benzin-Otto war die damalige Bezeichnung für Benzin, weil Benzin ja für Otto-Motoren gedacht ist. Bei der 24. Panzerdivision ebenfalls 0,1 und bei der 29. Infanteriedivision motorisiert immerhin noch 0,2. Es gab noch ein paar Armeereserven, die sind aber im Zuge der sowjetischen Angriffsoperation zum Teil verloren gegangen und hätten wahrscheinlich auch nicht ausgereicht, diese Panzerverbände wieder voll beweglich zu machen. Die operative Situation der 6. Armee war vielleicht auch dramatischer, als es die Einkesselungsoperation aussehen lässt. Natürlich ist diese Einkesselungsoperation an sich schon dramatischer gewesen, aber so einfach war das eben auch militärisch operativ mit dem Ausbruch nicht. Und deswegen schreibt auch Wolfgang Pickert, das ist der höchste Luftwaffengeneral im Kessel von Stalingrad gewesen, ein sofortiger Ausbruch, der nahegelegen hätte und selbstverständlich schien, verbot sich jedoch aus mehreren Gründen. Einer dieser Gründe war, dass die 6. Armee sich erstmal aus dem oberen Donnenbogen zurückziehen musste, weil die Stellungen dort eigentlich kaum haltbar waren. In der offenen Steppe gegen den weit überlegten Gegner musste hier die Truppe auf bessere Stellungen zurückgezogen werden. Das gleiche war der Fall an der Westfront der 6. Armee. Das heißt also, die 6. Armee hätte ja eigentlich nach Westen ausbrechen müssen, musste sich aber genau von dort Richtung Osten zurückziehen, weil in der freien Steppe gegen die sowjetischen Panzermassen einfach keine gute Verteidigung möglich war, erstmal überhaupt Verteidigungsstellungen aufgebaut werden mussten. Und wenn man sich die Schlacht von Stalingrad bis zum Ende anschaut, sieht man auch, dass sich die 6. Armee immer weiter Richtung Osten zurückziehen muss, in die Stadt, weil sie dort überhaupt noch Deckung hatte. Und hier sieht man schon ein erstes Indiz dafür, wie schwer das überhaupt war, sich durch eine Steppe gegen überlegene sowjetische Panzerverbände durchzuschlagen. Und Pickert schreibt ja dann auch, und das sagen auch viele andere, dass sich ja diese Kesselwände immer weiter verdickten. Also am 30.11. befand sich die Front schon bei Surovikino. Das ist relativ weit von Kalatsch am Donnen entfernt. Das heißt, der Weg, den die 6. Armee zurücklegen musste, waren nicht nur 10, 20, 30 Kilometer, sondern bald 70, 80 oder mehr. Pickert sagt dazu, dass der Ausbruchsversuch eben sorgfältig geplant werden musste und das erforderte Zeit und Betriebsstoff. Und er schreibt weiter, Das Ausbrechen war natürlich auch ein Thema bei Paulus. Nochmal zur Erinnerung, also Einkesselungsoperation am 22.11. Und Paulus hat wohl, wenn man Kehrig folgt, da gibt es auch abweichende Meinungen davon, Paulus bis 23.11. diesen Ausbruchsidee verfolgt. Er begründete das nach oben, dass die Versorgungslage der 6. Armee schlecht sei. Haben wir jetzt schon gesehen, dass er keine Luftzufuhr erhalten würde. Ja, tatsächlich, am 23.11. gab es noch keine Luftbrücke und die 6. Armee sei damit in kürzester Zeit vernichtet. Das Problem aber an diesem Ausbruchsversuch, wir haben es schon jetzt gesehen, die großen Entfernungen, die Steppe, der weit überlegene Gegner, die mangelnde Beweglichkeit, Pferde, Betriebsstoff nicht vorhanden, die ausgemergelten Soldaten der 6. Armee. Und deswegen hat Arthur Schmidt, also sein Generalstabschef, der zweithöchste Offizier der 6. Armee gesagt, ein Ausbruchsversuch wird mit einer Katastrophe enden, wie einst bei Napoleon. Bei Napoleon war genau das passiert, dass nämlich er 1812 in Russland angegriffen hat. Er hat ja dann sogar Moskau eingenommen, aber auf dem Rückzug ist seine Armee von den russischen Armeen komplett vernichtet worden. Und das lag unter anderem daran, dass er eben auch auf den russischen Winter sehr schlecht vorbereitet war. Es gibt noch eine andere Episode, die dieses Problem zeigt, und zwar die Rücknahme der 94. Infanteriedivision. Es wurden noch weitere Divisionen zurückgenommen durch General von Seidlitz. Das war so ziemlich der größte und wichtigste Chorkommandeur der 6. Armee. Der hatte zwar die Genehmigung zum Rückzug erteilt bekommen, also es ging darum, eben bessere Stellungen aufzubauen, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Aber er hat eben den Rückzug gleich ein bisschen mehr betrieben, als es eigentlich genehmigt war, um das Armee-Oberkommando zum Ausbruch zu ermuntern. Das heißt, also Seidlitz war der Meinung, wir müssen sofort ausbrechen. Und dabei passierte aber Folgendes, dass seine Division durch die nachstoßenden Truppen der Roten Armee hohe Verluste erlitt. Und es passierte noch was anderes, was nämlich auch zeigt, warum Paulus nicht unbedingt gegen Hitlers Befehl überhaupt verstoßen konnte, selbst wenn er das gewollt und durchgeführt hätte. In der Nähe lag nämlich ein Bautrupp der Luftwaffe und die waren über diesen Rückzug und vor allen Dingen über diesen weitgehenden Rückzug nicht informiert worden, genauso wenig wie Paulus, und funkten das auf dem Luftwaffenstrang nach hinten. Ja, und dann kam das über diesen Luftwaffenstrang bei Hitler an und letztlich wusste Berlin oder das deutsche Oberkommando eher über diesen ungenehmigten Rückzug Bescheid als Paulus. Das heißt, die konfrontierten dann also sozusagen aus dem Deutschen Reich heraus Paulus mit der Tatsache und der musste sich dann rechtfertigen, was eigentlich in seiner Armee los ist. Man kann sich also vorstellen, hätte Paulus jetzt einfach angewiesen, wir brechen aus, gegen Hitlers Haltebefehl verstoßen, dann wäre das wahrscheinlich dadurch allein verhindert worden, dass Hitler und andere noch genug Möglichkeiten gehabt hätten, die Kommandeure vor Ort funktechnisch oder wie auch immer zu erreichen und denen wieder die Befehle dagegen zu sehen und die dann wahrscheinlich auch gehorcht hätten. Weil man darf sich eben Paulus nicht als Feudalherrn vorstellen, der da quasi sein eigenes Fürstentum hat und entscheiden kann, was er will, sondern Paulus war im Prinzip auch nur ein Rad im System. Ich würde sagen, er war zu hochrangig, um zu sagen, er ist ein Rädchen im System, aber er ist ein Rad im System und konnte eben auch ausgetauscht oder übergangen werden. Auch von der Warte her war also ein Ausbruch durch Paulus nicht so einfach. Aber spätestens an dieser Stelle sollten wir uns noch mal kurz die Hierarchien angucken, wie die überhaupt verteilt waren. Also wir haben das Oberkommando der Wehrmacht, eigentlich kommandiert von Keitel. Also der hat dieses Oberkommando unter sich gehabt, aber der oberste Befehlshaber der Wehrmacht war natürlich Hitler. Dann haben wir das Oberkommando des Heeres und das Oberkommando der Luftwaffe, zu diesem Zeitpunkt auch schon in der Hand von Hitler und dann natürlich Göring bei der Luftwaffe. Die hatten beide die Generalstäbe unter sich. Beim Heer war der Chef Zeitzler bei der Luftwaffe Jeschonek. Dann die Heeresgruppe B mit von Weix und die Luftflotte 4 als Luftwaffenäquivalent, kann man sagen, mit von Richthofen. Das waren die größten Truppenkörper der beiden Teilstreitkräfte vor Ort. Dann haben wir das Armee Oberkommando 6 mit Paulus an der Spitze und da kann man sagen, so ein gewisses Äquivalent der Luftwaffe dazu, auch wenn es anders heißt, war das 8. Fliegerchor mit Fiebig an der Spitze, General Fiebig und beide hatten wieder einen Stab unter sich. Da hatten wir bei der 6. Armee den schon mehrfach erwähnten Schmidt und bei 8. Fliegerchor Oberst von Heinemann. Und von Heinemann beschreibt nach dem Krieg relativ eindrücklich die Diskussionen und Gespräche vor Ort, denn wir haben das Problem, dass wir nicht genau wissen, welche Gespräche wurden eigentlich in der obersten Kommandoebene getroffen. Also wir wissen, dass es ein Treffen gab zwischen Zeitzler, Jeschonek und Hitler relativ schnell nach der Einkesselung. Göring war nicht dabei, der kam erst später dazu, wurde mit den Ergebnissen dieser Besprechung wohl konfrontiert. Man muss davon ausgehen, dass bei dieser Besprechung die Entscheidung zur Luftbrücke schon getroffen wurde. Es war aber, denke ich, allen Verantwortlichen bewusst, dass diese Luftbrücke nicht die erforderlichen Kapazitäten haben würde. Und von Heinemann schildert eben ein Telefongespräch zwischen seinem Chef Fiebig und dem Stabschef der 6. Armee Schmidt und das soll wie folgt verlaufen sein. Fiebig sagt, Schmidt, Sie kennen die Versorgungsschwierigkeiten, die die 6. Armee die ganze Zeit bisher gehabt hat. Wie denken Sie sich denn nun Ihre Versorgung? Daraufhin soll Schmidt geantwortet haben, wir werden unter Umständen aus der Luft versorgt werden müssen. Fiebig, wie stellen Sie sich das vor? Es ist noch niemals eine Armee aus der Luft versorgt worden. Die Versorgung einer Armee halte ich für unmöglich. Ich warne Sie. Daraufhin Schmidt, die Luftwaffe wird uns eben versorgen müssen. Und wenn wir uns jetzt mal die Argumentation beider Seiten anschauen, dann ist natürlich die von Fiebig zunächst erst einmal die richtige und scheinbar auch rationale, weil sie natürlich sagt, okay, wir haben die Kapazitäten nicht, also können wir euch nicht versorgen. Klingt erst mal richtig. Und Schmidt reagiert gar nicht darauf und agiert scheinbar irrational und sagt, ihr werdet uns versorgen müssen. Jetzt ist aber natürlich das Problem, wenn wir uns vor Augen halten, dass die 6. Armee gar nicht ausbrechen konnte und abgeschnitten im Kessel lag, eine schlechte Luftversorgung immer noch besser als gar keine. Oder man könnte auch anders sagen, die Luftversorgung der 6. Armee war alternativlos. Und das ist genau der Punkt, auf den Schmidt hier beharrt. Sicherlich argumentativ nicht sehr geschickt verpackt, aber man darf sich auch nicht vergessen, sicher, aber man darf sich ja auch nicht vergessen, in welcher verzweifelten Lage sich die 6. Armee zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon befand. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, um diese Situation zu erfassen, warum es überhaupt zu einer Luftbrücke gekommen ist. Und es wurde hinter dieser Luftbrücke nämlich auch ein logistischer Plan gemacht. Und zwar schreibt Pickert dazu, Es war auch keine langdauernde Luftversorgung gedacht, sondern nur an einige Tage, bis das Heranziehen der Kräfte von jenseits des Donnen gelungen war und bis man die Betriebsstoffmengen herangeflogen hatte, die für die offenbar unvermeidliche Ausbruchsoperation notwendig waren. Das heißt also, es ging bei der Luftversorgung nicht darum, die 6. Armee über den Winter im Kessel von Stalingrad zu halten, sondern es ging bei der Luftbrücke darum, die 6. Armee fit zu machen für den Ausbruch. Denn die Betriebsstofflage war die Hauptsache, der Haupthemmschuh bei allen kühnen Ausbruchsüberlegungen. Hinzu kam die Munitionssorge. Beweglichkeit und Kampfkraft der 6. Armee waren also von vornherein stark eingeschränkt. Der feindliche Zangenangriff hatte die rückwärtigen Vorräte der Armee getroffen und die vorn eingesetzte Truppe hatte nur geringe Bestände an Betriebsstoff. Ja, und die Akten des Oberquartiermeisters der 6. Armee hatten wir ja vorher schon zum Teil gesehen, zeigen das eben auch relativ eindrücklich, denke ich. Er schreibt weiter, dasselbe galt für die Munition und auch für die Verpflegung. Durch Verzehren der noch vorhandenen Pferde hoffte man, die Verpflegungslage vorübergehend lösen zu können, allerdings unter Verlust jeder Beweglichkeit der Pferde bespannten Formationen. Dass bei den anschließenden als selbstverständlich erwarteten Ausbruch auch viel Material verloren gehen würde, war sofort klar. Die Absatzbewegung der Kräfte von jenseits des Donnen gelang in etwa 2-3 Tagen, jedoch unter Verlust großer Versorgungsvorräte. Also hier sehen wir den logistischen Plan dahinter. Es ging vor allen Dingen um Triebstoff, also Treibstoff, Benzin. Es ging um Munition. Es ging vor allen Dingen um Treibstoff. Es ging vor allen Dingen um Munition. Verpflegung hoffte man durch das Essen von Pferden, das Schlachten von Pferden noch zu erhalten für ein paar Wochen. Und man hatte das Material der 6. Armee, also Panzer, Fahrzeuge, Geschütze und so weiter sowieso schon größtenteils abgeschrieben. Aber man sieht auch das zusätzliche Problem, dass die sowjetischen Angriffe immer wieder Versorgungsdepots der 6. Armee im Kessel zerstörten. Also die Lage eigentlich in den ersten Tagen ständig dramatischer wurde. Aber klar ist da auch, es ging eben nicht darum, die 6. Armee für den Winter fit zu machen, dass sie in der Stellung Stalingrad ausharren sollte, sondern es ging bei der Luftbrücke darum, den Ausbruch zu ermöglichen. Und das sieht man auch an Kriegstagebuch des Oberquartiermeisters. Der bezieht sich nämlich auf einen Führerbefehl. Laut Führerbefehl ist täglicher Einsatz von Transportflugzeugen mit 200 Kubikmeter Betriebsstoff, 30 Tonnen Panzermunition sowie Mehl und Verpflegung ohne Angabe der Tornage gesichert. Heißt also, auch hier sieht man wieder, dass die dringendsten Mangelpunkte der 6. Armee, nämlich Treibstoff und Munition, Panzermunition abgestellt werden sollten. Panzermunition ist also die panzerbrechende Munition für Panzerfahrzeuge und Panzerabwehrkanonen. Warum war das so? Nein, diese Panzerverbände waren eben am ausgelaugtesten und man sieht auch ganz klar, dass eine Bevorzugung von Panzerverbänden dazu gedacht ist, eben eine Ausbruchsoperation zu führen, denn die Panzerverbände waren dabei natürlich am wichtigsten. Die Verpflegung stellte man erst mal hinten an und wir müssen uns eben immer vor Augen halten, dass die Soldaten ja sowieso schon so einen leichten Hunger litten, weil die Rationen ja vor der Einkesselung gekürzt wurden. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Luftbrücke, die dann einige Tage nach der Einkesselung einsetzte, tatsächlich geschafft hat, dann haben wir bis 08.12. 550 Kubikmeter Treibstoff, 570 Tonnen Munition, 49 Tonnen Verpflegung, bis 08.12. knapp 650 Kubikmeter Treibstoff und knapp 800 Tonnen Munition und 80 Tonnen Verpflegung. Warum habe ich diese beiden Daten gewählt? Nun, am 08.12. sollte eigentlich der Entsatzversuch unternehmen Wintergewitter beginnen. Am 08.12. begann er dann tatsächlich und wenn wir uns die Tagesleistung bis 08.12. anschauen, so sehen wir, dass die Luftbrücke nur 35 Kubikmeter geschafft hat, 44 Tonnen Munition und 4,4 Tonnen Verpflegung. Das heißt also, im Munitionsbereich ist Hitlers Vorgabe wahrscheinlich sogar erfüllt worden, aber im Betriebsstoffbereich ist sie drastisch unterschritten worden. Hier reden wir von dem Siebentel ungefähr der geforderten Menge. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, wie also der Plan hinter der Luftbrücke ausgesehen hat. Die 6. Armee wird durch Luftbrücke zum Ausbruch ertüchtigt, indem Treibstoff und Munition geliefert wird. Dann sollte der Entsatzversuch Wintergewitter der 6. Armee entgegenkommen ab 08.12. Die 6. Armee sollte dann diesem Entsatzversuch wiederum entgegenkommen, also wenn der genug Fortschritt gemacht hatte, sollte diese 6. Armee dann eben mit dem Ausbruch beginnen und dieser Plan ist eben grandios gescheitert, weil weder der Entsatzversuch weit genug gekommen ist, noch die 6. Armee zum Ausbruch ertüchtigt werden konnte. Und hier kommen wir jetzt zu dem Fakt, dass es eben einen Sündenbock dann gab für die Luftbrücke, der sich bis heute auch so ein Stück weit gehalten hat in der Erzählung, nämlich Hermann Göring. Göring hat sich noch im Krieg gegenüber seinen Vertrauten erklärt und verteidigt, dass er nicht schuld daran sei. So hat er zum Beispiel General Lürzer, das war ein hochrangiger Luftwaffengeneral, gesagt, jetzt wo alles schief gegangen ist, soll ich Schuld haben an der ganzen Sache, weil ich mich angeblich stark gemacht habe für die Versorgung der 6. Armee aus der Luft. Und Göring meint wiederum, Hitler habe aber zu ihm gesagt, hören Sie Göring, wenn die Luftwaffe das nicht machen kann, dann ist die 6. Armee verloren. Und Göring schätzte das dann wie folgt ein, so hat er mich am Porte P gefasst und da blieb mir nichts anderes übrig als zuzustimmen, sonst wäre ich und die Luftwaffe als schuldig dafür dagestanden, dass die 6. Armee verloren ging. Und wenn man sich jetzt fragt, ist denn das, was Göring sagt, überhaupt plausibel oder versucht er sich tatsächlich wieder nur von seiner Schuld hier zu entlasten, muss man aber sagen, dass es von der Warte her schon plausibel ist, weil das eben die tatsächliche Situation der 6. Armee war. Die 6. Armee wäre ohne die Luftbrücke verloren gewesen. Ein Ausbruch war nicht möglich, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen anhand der logistischen und operativen Situation dieser Armee. Und so sieht das dann auch Luftwaffengeneral Pickert, denn Stalingrad wurde nicht festgehalten, weil die Luftversorgung zugesagt war, sondern weil der Ausbruch nicht möglich war. Wie gesagt, die Daten, zum Beispiel die Akten vom Oberquartiermeister der 6. Armee, die bestätigen das aus meiner Sicht ganz klar. So bleibt uns dann als Fazit zu ziehen, die 6. Armee befand sich am 19. November in einer schlechten Position und war erheblich unterversorgt. Ein Ausbrechen aus dem Kessel hätte zur sofortigen Vernichtung geführt. Die Luftbrücke war daher alternativlos, um eben die 6. Armee überhaupt für den Ausbruch zu ertüchtigen. Aber die 6. Armee war seit Beginn der sowjetischen Angriffsoperation zum Untergang verurteilt, weil gerade aus der Retrospektive waren das eigentlich nur noch Verzweiflungsmaßnahmen, weil eben die 6. Armee schon vor der Einkesselung in so einem desaströsen Zustand war, dass sie eigentlich nicht mehr hätte ausbrechen können. Ja, es gibt eben auch Behauptungen von Zeitgenossen, die sagen, selbst ohne die Einkesselung Operationen. Also wenn die 6. Armee ganz normal in Stalingrad mit einer Versorgung geblieben wäre, wäre das schwierig gewesen, in Stalingrad zu bleiben, weil eben die Versorgung so schlecht war. Und versuchen wir, das Ganze noch mal etwas größer einzuordnen. Dann sind wir bei Clausewitz, dem großen deutschen Militärtheoretiker, der in seinem Buch vom Kriege im 13. Kapitel vom Rückzug nach verlorener Schlacht schreibt. Vom Kriege ist eben dieses berühmte Standardwerk von 1832. Und Clausewitz schreibt, wer hier glaubt, durch einige schnelle Märsche einen Vorsprung zu gewinnen und leichter einen festen Stand zu bekommen, begeht einen großen Irrtum. Die ersten Bewegungen müssen so klein als möglich und im Allgemeinen muss es Grundsatz sein, sich nicht das Gesetz des Feindes aufdringen zu lassen. Diesen Grundsatz kann man nicht befolgen, ohne blutige Gefechte mit dem nachdringenden Feind, aber der Grundsatz ist dieses Opfers wert. Ohne ihn kommt man in eine beschleunigte Bewegung, die bald einstürzen wird und dann an bloßen Nachzüglern mehr Menschen kostet, außerdem aber die letzten Überreste des Mutes vernichtet. Ja, was meint Clausewitz? Also, wenn man eben in einer schlechten Position ist oder man muss sich eben zurückziehen, weil man eine Schlacht verloren hat, darf man auf keinen Fall überhastet sich zurückziehen, weil eben dann die Gefahr ist, dass der ganze Laden, sage ich jetzt mal, etwas salopp zusammenbricht. Und man sieht ja auch an dieser Rückzugsoperation von der 94. Infanteriedivision, dass diese Gefahr bei Stalingrad durchaus besteht und so hat das eben auch zum Beispiel Schmidt, der Stabschef der 6. Armee, eingeschätzt. Clausewitz schreibt aber auch dazu, die Schwierigkeiten des Rückzugs sind natürlich größer oder kleiner, nachdem die Schlacht mehr oder weniger unter günstigen Verhältnissen gefochten und nachdem sie mehr oder weniger ausgehalten worden ist. Heißt konkret, je schlechter die Lage ist, desto schwieriger ist der Rückzug. Und wie wir eben gesehen haben, war die Lage der 6. Armee schon vor der Einkesselungsoperation sehr schlecht und deswegen war der Rückzug eigentlich nicht mehr möglich. Das wird manchmal etwas salopp zusammengefasst und Clausewitz zugeschrieben, nichts ist schwieriger als der Rückzug aus einer unhaltbaren Position. Genau das hatte die 6. Armee am 19. November und sie war eben einfach nicht mehr zu retten. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.